Herzlich Willkommen bei Scharni Studio. Heute habe ich ein nettes Paket bekommen und das möchte ich mit euch jetzt gemeinsam mal auspacken und mal gucken was sich da drinnen befindet. Legen wir los. Ok. Oh yeah. Ein extremer Radzieger. Mein erstes. Und zwar... Die sitzt fest drin. Mal schauen wo der Verpackung noch drin ist. Ok. Qualitätscheck-Level und Garantie und Pflegehinweise passt perfekt. Na schön. Und zwar handelt es sich um das Modell. Hier wird noch klein gespielt. Bf2. Bf2. Da greift sich gut. Bf2. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, schönes Messer. Gut, meine Freunde, das war's ja schon wieder. Ich werde das jetzt einmal nutzen und dann berichten, wie sie sich so schlägt. Aber, wenn du mal guter Dinge, ist das mehr, als kuschelig. Alles klar, danke fürs Zusehen, wünsche einen schönen Tag, schöne Nacht, bis zum nächsten Mal. Euer Shani Studio, tschüss.